So Leute, schau mal hier. Keine Ahnung, was ist. Ich glaube wegen der Ukraine. Keine Ahnung, ich glaube, ich bin jetzt in einer Schule. Ach, schade. Ach, schade. Schade. Es gibt einen zweiten Aufzug. Ich hoffe, dass das funktioniert. Hier ist der zweite. Hier ist der erste von Selbricht. Ich gehe zum zweiten. Hier ist der Haupteingang. Da gibt es Zug. Ich gehe auf. Ich gehe in dieser Schule nicht. Jetzt hat er dann Klassenräume bis Klasse 7. Diese Schule hat zum Glück geöffnet. der Aufzug ist dahinten. Ich glaube, diese Schule wurde neu gemacht, glaube ich. Hier ist er. Oh Mann, schade. Das geht nicht. Ich muss jemanden fragen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao Leute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.